So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, wieder eine kleine Info-Folge. Wir haben mehrere Themen für euch. Erstens möchte ich jetzt schon mal sagen, ich werde demnächst mal hier auf dieses Karneval-Event eingehen. Vielleicht können wir da sogar einen Stream machen und zusammen Karneval spielen oder diese Raid-Stunden nutzen. Dann diese heftigen Aufgaben für die Kando-Tour, für das Kando-Event, werden wir uns auch nochmal reinziehen, aber nicht heute. Das mache ich dann in dem Video, wo ich auch endlich meine Edition wähle. Ich möchte mich heute mal auf das Valentinstag-Event konzentrieren und jetzt ganz frisch eingetrudelt ein neues Kando-Event zum Pokémon Day 2021. Denn nach Kando kommt Kanto. Ihr habt ja jetzt die ganzen Regionen durchgemacht im Countdown zum Kando-Event. Gab es ja jede Woche eine andere Region in einem Event. Jetzt kommt dann der Kanto-Tag am 20. Februar. Alle sind gehypt, alle sind gespannt. Alle wollen Shiny Ditto, Shiny Mew, Shiny Mewtwo aus Raids. Richtig heftig, die Shiny-Vögel aus den Raids. Alle wollen aber auch Shiny Relaxo oder Nokchan Kigli. Es gibt so viele neue Sachen. Habitak, Ibitak noch nicht zu vergessen. Das war es, glaube ich. Habe ich eines vergessen an Shinies? Schreibt es mir in die Kommentare, ob es noch was gab. Jetzt wurde bekannt, dass nach dem Kando-Tag direkt noch ein Kando-Event drangehangen wird. Was es damit auf sich hat, gucken wir uns hier kurz mal an. Die Kando-Tour, wie gesagt, ist ja bekannt. Das Kando-Event wird vom 21. Februar, also startet am 21. bis zum 27. Also am 20. ist der Kando-Tag. Mit euren Forschungen. Ihr wisst, Level 40 und so. Wir kommen da später noch drauf. Ich werde extra nochmal ein Video dazu machen. Ich lasse die Leute erstmal durchdrehen. Am 20. der Kando-Tag und direkt am Folgetag startet das Kando-Event. Von 10 Uhr, frühs, bis zum 27. um 20 Uhr. Jetzt seht ihr hier eine kleine Übersicht, wo was zu finden ist. Wild wird es also. Bisa Sam, Glumanda, Shigi, Hornliu, Pikachu, Kleinstein, Pipi, Anton, Fleckmon, Nebula, Quoldo Ball, Carbador geben. Ist ja nicht so, dass Carbador jetzt im Neujahrsevent schon überall sitzt. Und ist ja nicht so, dass das am Kando-Tag sowieso überall sitzt und für jeden. Aber viele fragen sich immer, was der Unterschied ist zwischen Ticket und Nicht-Ticket. Jetzt wisst ihr, es ist eigentlich egal, ob ihr ein Ticket habt oder nicht. Es kommt das Kando-Event danach und dann habt ihr auch diese ganzen Spawns von diesen Sachen. Aus dem Rauch werden angelockt Raupi, Taupsi, Habitac, Quapsel, Abra, Juro, Macholo, Krabbi, Owei, Seba, Goldini. Also hier das neue Shiny dabei, Habitac. Hier Pikachu. Wundert mich eigentlich, dass noch kein Kostüm-Pikachu angekündigt ist oder eins mit einer neuen Mütze. Ist das wirklich das ganz normale Pikachu? Das wäre auf jeden Fall eine lustige Überraschung. Aus 5km-Eiern kriegt ihr dann Miraplak, Nofensa, Tangela, Dratini, Pichu, Elikit, Magbi und aus Feldforschungen Dodu, Magnetilo, Dicta, Ammonitas, Kabuto, Relaxo, Pummeluf und Pipi. Also für alle Shiny-Jäger. Könnt ihr im Kando-Event dann auch auf Shiny-Relaxo-Jagd gehen. Wer im Event-Tag am 20. kein Glück hat, der gönnt sich einfach Feldforschungsaufgaben und gönnt sich daraus Relaxo. Raid-Bosse, das wird auch interessant, denn ihr wisst, wir machen ja auch immer mal Raids für Zuschauer. Auch mal in der Woche gestern haben wir zum Beispiel Mega-Garados-Raids gemacht. Was haben wir jetzt hier im Event? Es gibt Bisasam, Glumanda, Shiki, Pikachu, Kabador, Dratini. Dratini wäre der interessanteste aus Stufe 1, aber braucht man Dratini-Raids? Dratini-Raids für Zuschauer? Da macht doch keiner mit, oder? Stufe 3. Sichlor, Pinsir, Mashok, Kadabra, Alpollo, Georock und Labras. Mashok, das ist ganz cool. Vieles davon sind auch Tauschentwicklungen, auch hier Alpollo, Georock, sowas. Finde ich jetzt aber auch nicht so prickelnd, Labras vielleicht, als Raids für Zuschauer. Gegen Dratini, wer wird wohl gewinnen? Aber die 5er-Raids sind natürlich die spannendsten, denn es wird Arctos, Zapdos, Lavados und Mewtwo weiterhin geben. Also 10 Tage insgesamt, das war ja schon bekannt. Jetzt wisst ihr auch den Zusammenhang, warum? Weil nach dem Kando-Tag eben nochmal eine Kando-Woche, beziehungsweise ein Kando-Event kommt. Was würde euch am meisten davon aber interessieren? Arctos, Zapdos, Lavados oder Mewtwo? Viele brauchen trotzdem noch irgendwo die Vögel, aber alle wollen eigentlich Mewtwo. Es wäre natürlich einfacher, Arctos, Zapdos, Lavados an 3 verschiedenen Tagen vielleicht zu hosten, als Raids für Zuschauer. Die sind auch relativ leicht zu besiegen. Da packen so 5 eingeladene Leute locker. Bei Mewtwo sehe ich da eher schwarz. Mewtwo, selbst wenn ihr 10 einladet, werdet ihr es wahrscheinlich nicht schaffen, weil das einfach so mächtig ist. Wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen. Wir fragen ja auch immer, was ihr interessant findet, was ihr haben wollt. Richten uns auch ein bisschen nach euch. Klingt bis jetzt aber auf jeden Fall nicht so spektakulär, muss ich mal sagen. Aber muss es ja auch nicht sein. Bisher bei den anderen Wochen gab es immer was Neues, 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 Neues. Hier kann man theoretisch sich erstmal hier auf Habitag und Relaxo konzentrieren. Also nutzt Rauch, nutzt die Feldforschungen. Ansonsten raidet einfach die ganze Zeit durch. Was aber wirklich cool ist, ist, dass ihr auch die Seed Air-Attacken der Kando-Pokémon wiederbekommen könnt. Sprich, Ibizaflor, Glurak, Turtok kommen wieder mit Flora, Stadua, Loa, Kanonade, Aquahubitze. Ähm, müsst ihr aber trotzdem entwickeln und nur wenn die entwickelt werden, bekommen die das. Ihr könnt also nicht über eine normale TM das dann wechseln. Außer ihr habt eine Top-Lade-TM, aber dann könnt ihr das ja auch außerhalb eines Events. Da müsst ihr das nicht im Event machen. Das geht ja mit einer Top-Lade-TM immer. Pikachu kann wieder Surfer lernen. Evoli kann wieder Zuflucht erlernen. Habe ich, glaube ich, bei gar keinem von mir. Und Dragoran mit Drago Meteor. Aber was ich immer noch nicht verstanden habe, denn ich habe meine Dragoran alle extra nach dem Seed Air-Entwickel gehabt, dass sie Wutanfall bekommen. Weil Wutanfall für mich einfach sinnvollere, bessere Attacke. Hat, ist geteilt mit 2x90. Sind also 180. Und bei Dragoran hat es 100? Einmal? Ist für mich auf jeden Fall ein heftiger Unterschied. Ihr könnt also ein bisschen hier zocken im Kando-Event noch. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit danach zu raiden für die Vögel, für Mewtwo. Was wird euer Highlight sein? Die Shinies oder eher die Raids? Schreibt es mal rein. Ansonsten ist das jetzt nicht so spektakulär. Deswegen kommen wir auf was ganz Wichtiges. Nämlich den Valentinstag. Das beginnt ja jetzt schon am Wochenende. Ihr seht auch hier im Bild angeteasert. Es wird natürlich neue Pokémon geben. Beziehungsweise eins mit seiner Entwicklung. Zeitraum auch hier. Sonntag der 14. Ihr wisst, 14. Februar ist der Valentinstag. Also pünktlich am Sonntag zum 14. Februar wird das Valentinstag starten. Aber 13 Uhr diesmal. Schreibt euch das mal auf in den Kalender. Und geht bis Donnerstag, 18. Februar. Schreibt euch das auch auf. Das drücken wir mal weg. Event-Details. Somniam und Somnivora erscheinen erstmals im Pokémon Go. Somniam entwickelt sich mit Hilfe des Einhaltssteins zu Somnivora weiter. Das ist sehr schön. Ich habe nämlich bestimmt jetzt 1000 Einhaltssteine bei mir rumliegen. Und weiß nicht, was ich damit machen soll. Ist doch ein süßes Pokémon, oder? Hätten sie es am besten gleich als Shiny eingeführt. Die Weiterentwicklung sieht dann halt richtig pervers aus. Die ist zum Glück hier nicht zu sehen. Oh mein Gott, da ist sie doch da oben. Seht ihr das, wie das hier alle so... Egal. Neues Pokémon. Braucht man wieder männlich. Braucht man wieder weiblich. Braucht man wieder als Glücks-Pokémon. Also fangt ganz viele Somniam und tauscht mit mir, dass die Lucky werden und nicht das... Ne? In der Wildnis. Nidoran. Männlich. Weiblich. Plusle. Minun. Volbi. Delumise. Äh. Libiskus. Somniam. Und weitere Pokémon. Äh... Nidoran? Ja, gut. Haben wir... Haben wir in der Kando-Woche wahrscheinlich mit bei. Haben wir am Kando-Tag. Haben wir am Valentinstag. Plusle Minun. Sind auch immer mal wieder da. Gibt es aber auch als Shiny. Volbi. Mit Ilumise als Shiny. Ilumise wohl am interessantesten noch mit. War ja immer kontinental vertreten. Dann hier für uns. Also gönnt euch Ilumise. Und wer noch keinen Libiskus-Shiny hat, gönnt euch diesen Herzfisch. Den gibt es meistens nur zu Valentins-Events. Aber dieser gelbe Fisch, die sieht einfach so genial aus. Gönnt euch Libiskus. Mit etwas Glück begegnet ihr einem Barschwar. Diesen Satz verstehe ich nicht. Mit etwas Pech fangt ihr nur Barschwar. Das ist wahrscheinlich das Problem. Barschwar braucht doch wirklich kein Mensch mehr. Der hat auch seinen Quest-Day gehabt. Der hat in den Eiern genervt bis zum Gehtnichtmehr. Und jetzt mit etwas Glück begegnet ihr einem Barschwar. Ich glaube, die machen sich über euch lustig. Gardevoir und Galagladi können ihre Exklusiv-Attacke Synchro-Lärm erlernen. Bei Entwicklung aus Kyrillia. Also wie beim Kando-Event. Ihr müsst entwickeln, dass die die Attacke bekommen. Evoli, Pi, Fluffeluf, Togepi, Libiskus, Somniam, Flecknoilum, Baumboll. Schlüpfen aus 5 Kilometer Eiern. Brauche ich eigentlich nichts davon. Somniam gibt es ja auch wild. Für diejenigen, die jetzt vielleicht noch ein paar Babys brauchen. Pi, Fluffeluf, Togepi. Ihr könnt natürlich brüten auf das Shiny. Hoffen, exklusive Feldforschungen für Drassler, Wolbit, Ilumise, Mammolita und Pandir mit Herzmuster. Da habe ich auch mit Pupsi heute gestritten. Die hat gesagt, das gibt es doch schon mit Herzmuster als Shiny. Ich habe gesagt, mit Herzmuster ja. Aber doch nicht als Shiny. Jeder rätselt, ob das als Shiny jetzt eingeführt wird. Das wäre also mein Highlight da. In der anderen Woche, in der Kando-Woche, questet ihr also für Relaxo. Und hier questet ihr für Shiny Pandir mit Herzmuster. Also ich würde das so machen. Ihr schreibt rein, was ihr machen würdet. Event-exklusive Aufkleber braucht man natürlich. Avatar-Items inspiriert durch Somnian im Shop. Ihr seht ja, wie ihr dann ausseht. Nämlich so. Also, geh mal lieber wieder weg und gucken woanders hin. Raids. Ah, Raids, Raids, Raids. Trassler, Folbi, Dilomise, Barschwa, Psyao, Somniam. Da ist, glaube ich, auch nichts dabei, was interessant wäre. Stufe 3, Raids, Togetic. Hat man ja erst. Togetic, Raids für Zuschauer. Psyana nach Tara. Gardevoir, Galagladi, Mammolita. Jetzt würde ich von denen in Stufe 3 wieder sagen. Man könnte nochmal eine Runde Togetic machen, weil das einfach extrem selten ist. Ich habe aber schon gelesen, dass Leute gesagt haben, Gardevoir und Galagladi Raids wären auch voll interessant. Finde ich zum Beispiel nicht, da Trassler als Event-Pokémon so oft erhöht ist, in so vielen Events rumspawnt, seinen C-Day hatte und ihr theoretisch ja diese Pokémon, wenn ihr die raidet, die total unbrauchbar sind, weil die eben nicht die C-Day-Attacke haben. Dann nutzt lieber die Zeit und entwickelt ein Kirlia zu Gardevoir oder Galagladi für die Attacke, aber wenn ihr die aus dem Raid so raidet, habt ihr ja die Attacke nicht. Und es ist nicht so teuer, die zu entwickeln. Togetic ist viel, also Toggebi, Togetic, Toggekiss ist auf jeden Fall viel seltener, denn das könnt ihr nicht wild fangen. Das müsst ihr brüten. Meiner Meinung nach wären Togetic Raids sinnvoller und seltener und besser als Gardevoir und Galagladi. Wenn natürlich wir die drei gegenüberstellen und ihr sagt, nein, wir wollen Gardevoir oder Gardevoir, diese Drecksnamen, dann okay, dann machen wir das. Aber in meiner, äh, ist Togetic einfach am sinnvollsten von den Sachen. Dann habt ihr Latios und Latias, die sind ja jetzt da, da wird es auch am Wochenende eben Raids für Zuschauer geben, so wie es aussieht momentan. Latios am Samstag und Latias am Sonntag, also das Blaue am Samstag und das Rote am Sonntag. Und dann Mega Raids, Taubos, Garados, Ampharos. Ampharos, Taubos hat wahrscheinlich gar keiner Bock. Garados, haben gestern ein paar Leute Bock gehabt, haben da ein bisschen geradet, aber der Antrang war auch nicht so groß, dass ich denke, wir brauchen keine Mega Raids, die haben wir am Wochenende und könnten in der Woche dann entweder Togetic nach, Togetic, Gardevoir oder Galagladi machen. Es wird wieder verschiedene Collection Challenges geben, was genau ihr da machen müsst, wollte ich sagen, seht ihr dann, gut steht hier. Ihr müsst für die Collection Challenge diesmal also auch ein Latias und Latios fangen. Dann viel Spaß, ne, ansonsten die anderen Sachen, gönnt euch, kriegt ihr sicherlich zusammen. Boni sind komischerweise immer noch die gleichen Boni, wie die ganze Zeit jetzt schon waren. Erhöhte Chance auf Glücksfreunde, das freut mich ja. Erhöhte Chance auf Glücks-Pokémon beim Tausch. Der Tauschradius immer noch auf 40 Kilometer erhöht. Erhöhte Chance auf Bären aus Geschenken. Ich hab mich ja geärgert, dass momentan das alles erhöht ist, ich aber erst am Montag dann 50 Glücks-Pokémon brauch und tauschen muss. Da er aber im Valentins-Event das ja auch noch ist und auch noch besteht, nehme ich den Bonus von da einfach mit und kann dann die ganze Woche übergeschmeidig tauschen. Hier auch nochmal die Frage, Shiny Pandir, ne, also was sagt ihr? Kommt Shiny Pandir mit gebrochenem Herz? Ja oder nein? Also wenn ich jetzt, wann dann? Alle anderen Pandir-Formen sind theoretisch schon als Shinies im Spiel. Die, die schon mal released wurden, das kommt jetzt wieder. Es wäre perfekt, es als Shiny einzuführen. Man weiß es nicht genau. Ich denke mal, es wird kommen. Ihr könnt mal reinschreiben, was ihr denkt. Freut ihr euch auf das Valentins-Event? Was wird euer Highlight? Ich werde auf jeden Fall Shiny Pandir suchen, falls das kommt. Ich werde versuchen, hier meine Level-Ups zu machen mit Glücks-Pokémon und Glücksfreunden. Ansonsten die Collection abschließen. Ein paar Fünfer-Rates halt machen am Wochenende so, aber das beginnt ja am Sonntag. Da ist das ja eh schon wieder alles um, theoretisch. Und wir werden gucken, Togetic, Gadobor, Galagladi, was da kommt. Das war es eigentlich, oder? Das war es. 15 Minuten, ich bin raus. Schreibt ihr drunter, was feiert ihr? Was ist euer Favorit? Auf was freut ihr euch? Was kann wegbleiben? Oder wie findet ihr Somnium als neues Pokémon? Ist das cool? Ist das nicht cool? Wolltet ihr da auch unbedingt ein 100%iges und dann in die Tonne hauen? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Bis dahin. Vielen Dank.